Mein Name ist Frank Vöckersberger von der Vöckersberger Maschinen GmbH. Wir fertigen seit über 50 Jahren Roh- und Kabelpflugsysteme. Unser neuestes Produkt ist der Vibrationspflug Viper V225, der speziell dafür konzipiert ist, um Glasfaserkabel für schnelles Internet und Stromkabel für Windparks und Photovoltaikanlagen zu verlegen. Die Vorteile der Maschine sind Flexibilität, umweltschonende Verlegung, schnelle Verlegung und dadurch kostengünstige Verlegung. Unser Werk ist in Aurachtal in Bayern. Alle Maschinen werden hier komplett produziert, gefertigt und montiert. Sie sind jederzeit herzlich willkommen, unsere Firma zu besuchen, damit wir Ihnen die Technik und die Maschinen vorstellen und auch zeigen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dankeschön!